Wir freuen uns, dass Sie unseren YouTube-Kanal eingeschaut haben. Uns wird auch sehr gefroren, wenn Sie uns sehr gut werden, wenn Sie unten den Subscriber anklicken. Wir haben auch unsere WhatsApp-Nummer, die Sie hier mal abschreiben, dass uns mal Bildschirke, Videos, vielleicht sogar mal ein Zeugnis. Wir beten doch fair, dass all unsere Videos möchten Sie sehen, für Sie sehen. Von daher habe ich ein Video ganz besonders für unsere Plotische in Deutschland. Wir haben noch niemals eine Tour gehabt in Deutschland auf Plotische. Aber meine Frühe und ich waren vom 21. Oktober bis 22. November begonnen in Deutschland auf Tournee zu sein. Wir waren die Programme in vielen verschiedenen Töten. Aber so wie es auch weiß, waren alle Programme auf Hüdeutsch zu sein, nicht auf Plotische. Aber vielleicht wirst du ein Plotische-Programm haben. Wir können dort begynd auch ein Plotisch stellen. Ich glaube, ich habe von den ungefähr 400 Programmen, die wir hier unten haben in Deutschland in 17 Tourneen, ich glaube, ich habe auch ein oder zwei Plotische gemerkt. Und die anderen wären alle auf Hüdeutsch. So, wir haben noch eine ganze Reihe Programme frei vergynd in Süddeutschland, weil die manchmal interessiert sind dafür. Vielleicht von Neuwied noch eine, von Neuwied bei Stuttgart, oder vielleicht noch Nürnberg haben, da wo wir Programme haben Schwäbisch gemündet. So, manchte Schwaben, wenn du da wohnen darfst, wir würden hier in Begynd kommen, ein Programm bringen. So, ich sage allzeit, meine Frau und ich sind vom 21. Oktober, beim 22. November in Süddeutschland, und wir würden hier auch begynd sein. Die Termine sind noch zu haben. Ich wollte mir eigentlich noch eine Adresse haben, damit ich den Kurs abschriebe, wenn du einmal wirst. Wir denken, diese Tournee, diese ganze Konzerts, die Programme sind alle für das Missionswerk in Bonn, Süddeutschland, das heute, to all nations. Ich glaube, ich kann das vielleicht besser als ich, aber wir haben zwei Tournee, die wir heute mit der Taub haben. Und das ist Nummer drei, was wir heute mit der Taub haben. Wir freuen uns, dass wir grünlich sein, wir jungen, weiter in Deutschland zu sein. Nu, wenn diese ganze Krankheit da rum ist, und dass Gott uns noch die Dere aufmerkt hat, dass wir weiter können nach Jungen kommen, das freut uns sehr. Wir haben viele Plotys, die kennen ihr jetzt während der Jahre. Aber da bleibt sich auch glücklich, wir haben auch diesen Video in Hüdex gemerkt, so ihr könnt ihn auch auf Hüdex sein, auf unseren Engelschen YouTube-Kanal. So, bloß, wenn ihr das auf Hüdex hören, was ich noch applaudiert sei, dann dort bloß noch auf unseren Engelschen Kanal gehen, dann wollt ihr das auch sein. Auf dieser Tournee, weil wir Menschen mitmachen, müssen sie unterstärken. Wir wollen auch einen zwei Minutenchen Videoclip auf dem Eingang, dort ihr dem auch anzettet, das war also auf Hüdex. Two All Nations haben sie ein paar Jahre schick von Dietzländ, so ich würde zwei Minuten hier nur noch anhängen, wann ich vor euch hier redet habe, und wann ihr dort wählen, bezieht ihr dort auch mal, und dort ihr eure Städte. Das würde uns sehr freuen. Bloß, dass ihr dort weitergeht. Wenn ihr in Paraguay wohnt, oder vielleicht in Bolivien, Mexiko, vielleicht auch in Belize, Kanada, die USA, dort ihr habt, dort ihr habt Geschichte, was einer wirklich läuft, dort so etwas nicht ihr habt. Einer würde wünschen, dort so etwas nicht ihr habt. Jede dretchen Sekunde stofft ein Kind an Hunger. Wisst ihr das? Jede dretchen Sekunde stofft ein Kind an Hunger. Ich würde doch so gerne mal, für mein Eingang mitgeben, du würdest das auch wählen, ne? So wählen wir doch mal diese Menschen in der Städte, dort die Kinder Eingang kregen waren. Wählen wir mal für die Bede, und nicht bloß Bede, wählen wir auch was daune. 3.2 Milliarden Menschen haben noch niemals von Jesus gehört. Drei Ancestere. Dort ist die Tät, dort die Eingang abgestoßen von unserem Schlub, dort wir waren diese Menschen von Jesus verteilen. Dort hat er nicht verloren gingen. 3.2 Milliarden Menschen haben noch niemals von Jesus gehört. Ein Christ ohne Gemeinde, das kreakt ist ein Kind ohne Familie. Verstehe, was er meint? Wenn du in Christ bist, wenn du Jesus hast, angenommen, was du in deinem persönlichen Heiland, und wenn du keine Gemeinde hast, wenn du gleich nur in die Gemeinde gehst, das kreakt ist ein Kind ohne Familie. Ein Kind braucht eine Familie, ein Christ braucht eine Gemeinde. Die müssen bereit sein, dass sie mit ihnen spazieren können. 2.2 Nations, für die, wie diese Tournesen gesagt haben, 2.2 Nations ist ein Missions ein Halbwerk. Dort werden die Halbwerke, andere Menschen, arme Menschen in der Welt, die haben über 500 Mett-Arbeiter in der ganzen Welt. In 33 verschiedene Länder haben die ihre Missionen geschickt. Im Auftrag von der Gemeinde worden Missionsnore in der ganzen Welt uitgeschickt, die in die Erde und ihnen zu helfen und die von Jesus zu vertellen. Das wird sie tun. Und das wird wir nun begynt in Deutschland mit. und wir wollen nach Juni 2 kommen. Und vielleicht wird du noch ein Programm booken, nach diesem Video. Das wird uns sehr freuen. Das kriegt ein Ding, ob das eine große Zeit ist oder eine kleine. Ob das eine Hülle ist oder eine Pläte ist. Das bleibt uns alle glücklich. Wir freuen uns, dass all das Geld, was wir vor haben, auf dieser Tour wird nur zu allen nations. Und wir wollen auch mitmerken, für diese Menschen zu beten, für die 3.2 Milliarden Menschen, die ich von Jesus hier getan habe. Und für die Kenia, wo die Storven ohne Eter die Storven werden, die ich zu Eter haben. Ich möchte mitmerken, wenn sie einen Termin haben mit uns, da haben wir dieses Video gemerkt. So dass du uns anrufen mit einer E-Mail-Flage oder einer E-Mail-Schecke und dann wir dir das buchen. Wie wünschen dir und deine Familie noch einen schönen Tag mit Jesus? Und ich schicke dir dieses 2-minütige Video auf Hüttich ganz bett ein an. Vielen Dank. Alle 13 Sekunden stirbt ein Kind an Hunger. 3,2 Milliarden Menschen haben noch nie von Jesus gehört. Ein Christ ohne Gemeinde ist wie ein Kind ohne Familie. Das sind die Herausforderungen, denen wir uns bei Tuolation stellen. Wir sind ein Missions- und Hilfswerk mit über 500 Mitarbeitern in 33 Ländern. Im Auftrag christlicher Gemeinden senden wir Missionare und helfen Menschen in Not, damit alle Nationen Jesus nachfolgen. Wir helfen Menschen in existenziellen Nöten durch humanitäre Hilfe, Einrichtungen und Hilfsprogramme für Benachteiligte. Wir bringen den Menschen das Evangelium, um sie in eine persönliche Beziehung mit Jesus Christus einzuladen. Wir helfen Christen, Teil einer christlichen Gemeinschaft zu werden und sich in Ortsgemeinden mit ihren Gaben einzubringen. Wir investieren in die nächste Generation von Mitarbeitern und Leitern, um nachhaltig und ganzheitlich zu helfen. Wir helfen Christen, persönlich zu reifen, geistlich zu wachsen und im Alltag ein Leben in der Nachfolge von Jesus Christus zu führen. Mission ist Gottes Herzens Anliegen. Gott ist weltweit am Werk. Er lädt dich ein, deine Gaben, Fähigkeiten und Erfahrungen einzubringen, damit sein Reich gebaut wird. Wenn du auch Teil seiner Mission werden willst, melde dich unter toallnations.de O was in Jesus fosse an an Untertitelung des ZDF, 2020